Aber das kann ich nicht machen. Du hast uns doch gerade eingebautet. Ja, ich weiß, das kann ich auch machen. Nein, aber du darfst doch keine Regeln. Er hat doch schon eins gemacht. Ich kann so viel machen, wie ich will. Das ist mir scheißegal. Wenn ich keine Klammer mehr bin, mache ich auch keine Modelle mehr. Ist mir scheißegal.